und dann geld verdienen zehn geheime affiliate strategien moin moin thomas klussmann hier und heute möchte ich euch einen kleinen kostenfreien kurs vorstellen den ihr euch nachher unter diesem video downloaden könnt und der geht jetzt über die sparte affiliate marketing und da ist ja auch für jeden was dabei das kann man ja auch so allgemein im marketing anwenden je nach nische ja ich bin hier schon eingeloggt wie ihr seht dann drücken wir mal auf start und dann schauen wir uns mal eben an einen kurzen überblick über die module da haben wir erstmal so strategien für anfänger ein wenig das ist zum beispiel kostenlose bücher strategie ich gehe jetzt da nicht genau darauf ein aber das sind ja halt strategien die man anwenden kann um geld zu verdienen und ja alles top dann die lead for sale strategie sehr essentiell dann gibt es die mobile first strategie also die bilder ist jetzt nur so vorschau das ist eigentlich egal ich möchte euch ja nur kurzen einblick gewähren in diesen kostenfreien kurs so dann die bewerbe ich nie bewerbe ich etwas anders strategie also das ist ja nicht nur über digistore ne da gibt es auch andere produkte noch ne von anbieter zb zum beispiel dann haben wir hier die außerhalb von digistore strategie wie ich gerade schon sagte es gibt ja auch noch andere anbieter die wenige aufgezeigt was man machen kann dann die e mail marketing mal anders strategie also nicht einfach nur leads die man hat mit täglichen neuen affiliate produkten befeuern das ist so ähnlich aber ein bisschen cleverer gemacht sehr gut dargestellt dann die heiß macht strategie wie man kunden ja dazu bringt dass sie was kaufen möchten auch sehr interessant dann haben wir noch als nächstes hier klicke ich gleich weiter so lektion abgeschlossen so wie gesagt die heiß macht strategie die hatte ich gerade schon angesprochen dann haben wir die amelit strategie wie die amerikaner das machen auch sehr interessant dann muss noch mal ein bisschen über den tellerrand rüber schauen nicht nur hier was deutschland macht dann und die sind ja auch vorreiter so gesehen die amerikaner im online marketing wenn man das mal nüchtern betrachtet dann haben die am youtube strategie dann haben wir noch die quora strategie ist auch sehr mächtig da kommst du ja auch gezeigt also alles vom feinsten hier kostenfrei für dich wird dann hier alles gezeigt was man da so machen kann ja also wie gesagt du kannst dir das teil sichern unter dem video findest du den link und abonniere meinen kanal und ein daumen hoch würde mich freuen es kommen noch mehr gratis kurse die du dir sichern kannst und andere auch sachen die man jetzt so machen kann im internet marketing online marketing etc ja das soll es gewesen sein liebe grüße und schönen tag von thomas klussmann schau ich